Meisten von euch kennen doch sicherlich den argentinischen Top-Club Boca Juniors. Die haben einfach auf gottlos ihren eigenen Trainer an der Tankstelle gefeuert. Kurze Erklärung, Boca Juniors ist aus der Copa Lipatadores rausgeflogen und der Vorstand hat entschieden, den Trainer zu entlassen. Wisst ihr, der Bruder ist schon genug bedient. Der ist aus dem Turnier rausgeflogen mit seiner Mannschaft, will jetzt nach Hause, geht jetzt auf dem Heimweg und dann ruft einfach der Vorstand an und sagt, ey, bleibt mal da bei Buenos Aires an der Tankstelle, wir müssen reden. Der Bruder geht an diese Tankstelle, tankt wahrscheinlich noch super oder so, denkt sich gar nichts Böses, der Vorstand kommt und sagt, ey, du bist gefeuert, dass du Bescheid weißt, ja. Egal, warum macht man das Ganze an der Tankstelle, macht es doch am nächsten Tag am Telefon oder so. Bitte der Arme, der muss doch nach Hause fahren. Aber irgendwie auch lustig.